So, Highschool zu zweit. Das wird auf jeden Fall sehr spannend. Habt's Bock? Wo willst du hin? Willst du nach oben oder runter gehen? Äh, ich bleib erst mal unten. Okay, dann erlaub ich die Treppe hoch. Okay. Ich veröre mich da oben immer so schnell. Also ich finde, wenn du die Map so ein bisschen kennst, dann ist die überschaubar. So, Taschenlampe, Temperatursensor. Hoch. Ringgrad. Proto, Salz. Haben wir Salz dabei? Ja, haben wir. Barbara Brown, okay, dann muten wir uns in den Discord. Jupp, hab ich gemacht. So war ich auch jetzt. Na dann, let's go! Die Odeleitung Okay. Okay. Okay, der Geist hat gerade irgendein Licht ausgemacht. Ja, ja. Den Schuhkasten aus. Ah, ich mache ihn wieder an, ja? Ja, okay. So, ich gehe jetzt mal nach oben. Okay. Wir sind jetzt hier unten gerade in einem Badensmann drinnen. Okay. Jo, immer dieses Suchen, ne? Okay. 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 Ich habe den Raum unten. Du hast den Raum? Ja, 6 Grad. Auf welcher Seite? Rechts oder links? Äh. Äh. Gute Frage, ich weiß es nicht. Ich glaube, ich glaube linke Seite. Alles klar. Soll es mein Licht sehen. Eventuell. Also ich komme dir gerade entgegen. Bist du nach oben? Ja, ich glaube, ich sehe dahinten... Ich glaube, ich sehe dahinten... Ich glaube, ich sehe dahinten... Ich bin gerade unter dem Gang. Ja, ich sehe dann Licht. Ja, ja. Ich tue mal die Geisterbox in den Raum werfen. Ja. 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 Ganz am Ende, oder wie? Ja, ganz am Ende. Oh, da müssen wir immer 10km laufen. Nein, da ist ein Exit. Ja, aber der ist ja... Ja. Ja. Genau, hier drinnen. Oh, warte mal. Ja, doch. Ich fahre hier durch. Ah, doch, doch. Ja. Stomp ist weiter. Warte mal. Hier ist das. Hier ist das. Hier ist das. Hier ist das. Bist du hier? Hörst du uns? Kannst du mich hören? Wenn die Tonnenhalle läuft, kann man am schnellsten nach draußen. Ja. Oh f***. Okay. Ja, ja. Bist du halt so. Okay. Er ist bei mir. Er ist weg. Er ist weg. Okay. Lass nach draußen gehen und Vanity nehmen. Ja. Ich bin schon hier. Ich habe einmal Salz mitgenommen. Selten mitziehen. Ja. Müssen wir nicht unbedingt nehmen. Oder? Doch würde ich mal nehmen. Weil der war echt... Also der war voll Akku. Okay. Ich habe eine Vlampe, EMF wieder und Videokamera. Ja. Ich habe noch die Geisterbox von eben gerade, weil ich die ja mitgenommen hatte. Äh. Ja. 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 Also dann... Ja. Okay. Dann... Vielleicht noch ein Foto... Nimm ein Fotoapparat. Das ist gerade wichtig. Das Salz. Ja. Können wir nachher noch machen. Geisterbox wird nicht ohne Fotoapparat. Ja. 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 Hab ich beides dabei. Ja. Ich würde die eigentlich droppen, aber... Naja. Da kann der Geist. Ja. 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 Ich lasse mich schon wieder verlaufen. Fingerabguck hast du Probe machen? Ja. Schreib in das Buch. Barbara Brown, schreib in das Buch. Hörst du mich? Gib uns ein Zeichen. Wo bist du? Barbara Brown, hörst du mich? Wo bist du? Ich geh nochmal zurück zum Van. Ja. Wo bist du? Hörst du mich? Kannst du mich hören? Schreib in das Buch. Wo bist du? Wo bist du? Hörst du mich? Gib mir ein Zeichen. Okay, wir haben Geisterbox. Alles klar. Gut, dann haben wir Fingerabguck und Geisterbox. Ich bringe Salz mit. Alles klar. Ich schau mal kurz in die Kamera nach Ops. Er klappt hier auf jeden Fall sehr wild rum. Ich komm jetzt gerade raus. Was soll ich denn noch mitnehmen? Also ich hab jetzt einmal... Ich hab immer noch die Fotokamera. Was soll ich noch mitnehmen? EMF, haben wir das? Ja, Fotokamera kannst du auch im Raum eigentlich liegen lassen, wenn du gehst. Naja, gut, stimmt. Nehmen wir auch noch ein EMF mit, ne? Ja, ja, kannst du machen. Ah, okay. Da ist ein Spirit. Ah toll, jetzt kann ich ein Foto machen, aber der Foto aberrat ist nicht da. Ja, moin. Naja. Ich bin jetzt da. Ist der noch da, oder? Ja, natürlich. Das ist ja nicht so. Ja. 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 Sie kommt. Ich hoffe, ich komm weg. Sie ist genau hinter mir. Keine Ahnung, wo die hier ist. Alles gut? Ja, alles gut. Ich hab sie abgehängt. Ey, du hast Fotos gemacht, aber irgendwie zählen die nicht. Ganz komisch. Ja, das verstehe ich auch nicht. Ich hab sie mehrmals drauf gehabt eigentlich. Hast du ein Foto vom Buch gemacht? Nein. Ja, dann mach das noch. Das wär gut. Ja, ich muss aber mehr zurücklaufen. Die ganze Zeit weggelaufen von der. So. Dann guck ich mal, was für Ziele wir noch brauchen. Haben wir denn? Einen Seil sollten wir eigentlich jetzt haben, ne? Theoretisch ja. Ich leck mich. Ich komm nicht mal zum Buch. Ich komm nicht mal zum Buch. Ich komm nicht mal zum Buch. Ich komm nicht mal zum Ich lebe noch. Ja, ich bin nicht mal zum Buch gekommen. Ich habe noch mal ein Foto versucht zu machen. Hat das Foto gezählt? Nee, ich glaube, die haben leider irgendwie nicht gezählt, obwohl der Geist auch ganz, ganz komisch ist. Ja, ich habe noch kein Foto vom Buch. Okay, willst du es noch machen? Ja. Okay, viel Erfolg, viel Erfolg. Dankeschön. Okay. Really? Okay. 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 Oh, oh, oh. Ich hasse mein Leben. Ja, wie aggressiv ist er denn bitte? Wie aggressiv ist dieser Geist? Der ist übertrieben aggressiv. Ich bin nur in das Gebäude reingekommen, direkt ging es los. Ich hoffe ich schaff's noch am besten Buch. Ja, irgendeiner hat gemeint, der Durchschnitt von uns beiden wird irgendwie gezählt. Ich habe jetzt auch mal eine genommen. Durchschnitt von was? Irgendjemand hat behauptet, dass der Durchschnitt von unseres Sanity gezählt wird. Das ist ein Geist-Trigger. Ich glaube es halt nicht, aber... Ich habe ein Foto gemacht. Sehr gut. Der wird mich eh gleich wieder handeln. Oh, ich bin rausgekommen. Tatsächlich. Wow, Gott sei Dank. Ist sie hinter dir ja zugegangen? Äh, nee. Okay, okay. Joa, Foto vom Geist geht irgendwie nicht. Ist anscheinend verpackt. Ja, ja. Also dann. Spillt, ne? Äh, warte mal. Moment. Okay. Okay. Ja, 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 ja.